in der Lage sein können. Ich wurde ein Opfer eines Betruges, erstatte eine Strafanzeige bei der Polizei. Ich möchte eine Strafanzeige erstatten. Ich verstehe nur Bahnhof, ich stehe auf dem Schlag. Ich vertraue dir, vertraue niemandem außer dir selbst. Das Auto befindet sich auf dem Parkplatz, der Aldi befindet sich im Stadtzentrum. Ich verspreche dir, dich nicht im Stich zu lassen. Die Batterie meines Autos ist defekt, ich möchte sie austauschen lassen. Das Hand passt mir nicht, ich möchte es umtauschen. Stellen sie sich in die Reihe, stellen sie sich in die Warteschlange. Ich komme zu dir, ich komme bei dir vorbei. Woran denkst du, an wen denkst du? Ich suche nach dem Speiseöl, wo finde ich das Speiseöl? Benutze das Handy nicht, solange du ein Auto fährst. Ruf mich nicht an, solange ich im Urlaub bin. Ich bin absolut arbeitsunfähig, deshalb muss ich in die Rente gehen. Ich bin in der Lage, dir zu helfen, ich bin nicht in der Lage, dir zu helfen. Du bist neidig, ich bin eifersüchtig, sie ist schüchtern. Ich melde mich, sobald ich zu Hause bin. Du versuchst, mich zu überzeugen, ich bin nicht davon überzeugt.